Momentan hacken sich ja wieder alle gegenseitig die Augen auf. Nein. Wenn zu uns Themen angesprochen werden oder Statistiken halt ein bisschen. Weil ich denke, dass das eh schon alles schwierig genug ist, dann muss ich mir jeden Tag das auch noch reinziehen. Keiner weiß, was die rechte und linke Hand jetzt enden. Ich bin froh die Fähigkeit und nervös. Ich weiß, was sie passiert. Ich quere zurück. Ich weiß, was sie könnten? Ich weiß, was sie schon immer wieder. Ich bin froh die Kopfschmerzen. Und du S finst mir, was sie gemacht hat? Ich bin froh die Kopfschmerzen. Ich bin froh die Kopfschmerzen. Vielen Dank.